Ja, schön, dass Sie alle so zahlreich hier geblieben sind. Wir machen jetzt nochmal einen letzten Block zum Thema Kopernikus. Und zwar wird Ihnen Patrick Knöfel jetzt den Vortrag präsentieren. Ein regelmäßiges nationales Monitoring der Landbedeckungsänderungen mit Kopernikus-Daten. Ich bin gespannt, wie immer nochmal die kurze Erinnerung, wenn Sie Fragen haben, in den Fragen-Tab reinschreiben. Auch gerne schon, wie Sie es eben gemacht haben, während des Vortrags. Mit der Voting-Funktion können Sie dann nochmal Ihre Stimme verleihen. Wenn vielleicht jemand anderes genau dieselbe Frage hatte und je mehr Stimmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir es am Ende noch dran nehmen können. Und von daher wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit dem nächsten Vortrag und los geht's. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich interessieren für meinen heutigen Vortrag. Es geht um regelmäßiges nationales Monitoring der Landbedeckungsänderungen mit Kopernikus-Daten. Mein Name ist Patrick Knöfel. Ich bin am Bundesamt für Kartografie und Geodäsie in der Abteilung Geodaten tätig. Dort im Referat Weiterentwicklung, Geoinformation und Fernerkundung. Ich habe mich die letzten vier Jahre mit dem Projekt befasst, was ich Ihnen heute vorstellen werde. Beginnen möchte ich mit Hintergrund und Motivation. Warum haben wir eine operationale Anwendung in der Cloud umgesetzt? In der Cloud bezieht sich in dem Fall auf Code.de, wo ich später nochmal drauf eingehe. Wir haben begonnen mit dem Forschungs- und Entwicklungsprojekt am BKG 2017. Das Projekt nannte sich Landschaftsveränderungsdienst, abgekürzt Laverdi. Ziel war es hier, ein regelmäßiges Monitoring der Landschaftsveränderungen mit Kopernikus-Daten durchzuführen, um so Veränderungs- oder Aktualisierungshinweise zur Aktualisierung BKG-interner Produkte, wie zum Beispiel das Landbedeckungsmodell, zu liefern und kostenfrei für jedermann bereitzustellen. Ausgewählt haben wir da die nationale Kopernikus-Plattform Code.de, die eben solche Prozessierungsmöglichkeiten auch bietet, wie wir sie benötigt haben. Wir haben das Ganze, also die Entwicklung und Implementierung des Webdienstes als Vergabeleistung ausgeschrieben, betreut und koordiniert durch unser Referat. Auftragnehmer in diesem Fall war die GAF AG aus München mit Unterstützung des Deutschen Zentrums Luft- und Raumfahrt in der ersten Pilotphase des Projekts. Arbeits- und Forschungsschwerpunkte waren hier die Algorithmusentwicklung und die Entwicklung standardisierter, vollautomatisierter Prozessketten. Übergeben wurde uns der operationelle Webdienst am Ende des Jahres 2020. Der Landschaftsveränderungsdienst, wie ist der aufgebaut? Ich zeige Ihnen jetzt einen kleinen Workflow, einen kurzen Workflow, wie das Projekt umgesetzt wurde. Wir haben hier auch als Motivation hier anfangs genannt, das digitale Landbedeckungsmodell LBM.de, welches wir alle drei Jahre am BKG produzieren, als Referenzdatensatz. Wir haben hier die nationalen, also oder beziehungsweise die Kopernikus-Daten, die auf der nationalen Code.de-Plattform bereitgestellt sind. Diese, wenn sie noch nicht so vorlagen, haben wir vorprozessiert, haben eine optimierte Wolkenbedeckungsmaske berechnet, NDVI und Time Features berechnet, was Time Features sind, darauf gehe ich später noch ein. Wir haben dann die Sentinel-Daten und die Referenzdatensätze zusammengebracht für eine Change Detection und auch eine Klassifikation der Landbedeckung haben wir durchgeführt. Was letztendlich zu einer automatischen Erkennung von Veränderungsflächen führte. All das, was Sie hier in dem schwarz-weiß gestrichelten Kasten sehen, wurde auf der Code.de-Plattform implementiert und abgelegt. Das heißt, die Referenzdaten sowie die Sentinel-Daten, wie die Ergebnisse der Vorprozessierung und Berechnung, als auch die Ergebnissdatensätze und auch der Dienst, über den wir das dann bereitstellen. Die Web-Anwendung ist vollständig auf Code.de implementiert. Der Dienst, den Sie dort erreichen, den stelle ich Ihnen später vor. Das ist der Landschaftsveränderungsdienst Laverdi. Wir haben bei Code.de ein sehr flexibles Verarbeitungskontingent erhalten. Das Ganze basiert auf dem sogenannten Standardkontingent. Wir haben es ein bisschen hier und da ausgeweitet. Insgesamt sind fünf virtuelle Maschinen mit 22 CPUs im Einsatz. 1,7 Terabyte Datenspeicher ist derzeit in Benutzung, wächst aber stetig an. Wir haben ein CentOS Linux Betriebssystem, diverse Infrastruktur installiert auf den virtuellen Maschinen. Alle Prozesse sind in Python programmiert und durch Docker kontainisiert. Ja, die Entwicklung des Dienstes. Wie sind wir vorgegangen? Ich habe das vorhin angedeutet. Wir haben in einer Pilotphase auf zwei Testgebieten das Ganze untersucht und auch einige Fragestellungen beantwortet, nämlich eine Genauigkeitsanalyse, Aktualisierungshäufigkeit und Mindestkartierfläche untersucht. Die beiden Testgebiete wurden ausgewählt, dass wir die ganze Heterogenität der deutschen Landbedeckungslandschaft erfassen. Wir haben große landwirtschaftliche Parzellen, flaches hier Relief und wenig dicht besiedelte Gebiete im Norden, wohingegen wir im Süden die Metropolen Stuttgart, München und Augsburg enthalten haben, als auch kleinere landwirtschaftliche Parzellen und ein verändertes Relief. Der Workflow im Einzelnen baut auf sogenannten Time Features auf. Was Time Features sind, werde ich später nochmal genau erläutern. Die Differenz dieser Time Features führt zu den Change Detection Objekten, die in einem sogenannten Change Education Layer überführt werden. Dieser wird dann einer Plausibilitätsprüfung unterzogen, indem wir eine Wissensdatenbank, wo hier a priori Übergangswahrscheinlichkeiten abgelegt sind, vergleichen mit dem aus der thematischen Referenz resultierenden Veränderungsrichtungen, die klassifiziert wurden. Und nach dieser Plausibilitätsprüfung haben wir dann den sogenannten Change Layer oder den Index Result Layer, den wir dann über den Dienst ausweisen. Was sind diese sogenannten Time Features? Time Features sind in einem Vergleichsfenster aufgenommene, standardisierte, aufbereitete Informationen. Wir haben eine Vielzahl von Vegetationsindizes und Time Features untersucht. Zum Beispiel haben wir den NDVI untersucht und wir haben Minimum, Maximum NDVI, zum Beispiel Mittelwert untersucht. Am Ende übrig geblieben ist das Time Feature oder sind ausschließlich Time Features des NDVI, die für die Ausweisung der Veränderungsflächen relevant waren. Wir haben hier den Mittelwert des NDVI, die 10 und 90 Prozent Perzentile sowie die Differenz aus diesen beiden. Und durch Differenzbildung von zwei aufeinanderfolgenden Jahren, das heißt ein NDVI Time Feature fürs Jahr 2017, vergleichen wir mit einem NDVI Time Feature 2018. Durch Differenzbildung und die Differenzen dann resultieren in einem Change Indication Layer und dieser, wie gesagt, wird regelbasiert dann in ein Result Layer überführt. Nochmal ein kleines Bildbeispiel. Wir haben hier die Zeitreihen. Wir haben hier die Time Features 17, 18, hier der NDVI Mittelwert. Daraus resultiert ein Differenzenbild. Und aus diesem Differenzenbild ergeben sich dann zu Polygonen geklusterte Pixelgruppen, die wir dann als Veränderungsflächen ausweisen und untersuchen. Wir haben eine Genauigkeitsanalyse durchgeführt für die sechs Landbedeckungsklassen, die aus dem LBMDE resultieren. Hier sehen Sie das Time Feature, was für die Auswahl oder für die Detektion der Veränderungsflächen relevant war. Und Sie haben hier eine Genauigkeitsanalyse in Snow Change, die Genauigkeit untersucht haben. Und wir sehen hier, dass im Acker- und Grünland, im homogen Grünland-Bereich, die Mindestanforderung auf jeden Fall erfüllt wurde. Wir hatten eine Mindestanforderung an das Produkt von mehr als 80 Prozent Genauigkeit. In den bebauten Flächen, Wald- oder Wasserflächen ist diese Genauigkeit auf jeden Fall kein Problem gewesen, diese zu erreichen. Was haben wir also jetzt? Wir haben eine Web-Anwendung auf Code.de jetzt mittlerweile entwickelt und stellen diese bereit, die vollautomatisiert läuft, kostenfrei angeboten wird, uns im Jahr 2020 im Dezember übergeben wurde. Die Aktualisierungshäufigkeit der Veränderungen, die dort angeboten werden, ist jährlich eine Mindesterfassungsgröße, die wir auch untersucht haben im Projekt und die wir derzeit bereitstellen können. Guten Gewissens ist 0,5 Hektar. Wir haben Szenen mit bis zu 60 Prozent Wolkenbedeckung verwendet und über die optimierte Wolkenmaske dann ausgeschnitten und die übrig gebliebenen Bereiche konnten wir verwenden. Wir haben die Mindestgenauigkeit von 80 Prozent übertroffen und wir bieten auch an, über diese Web-Anwendung, die wir bereitstellen, den Download der Veränderung als Esri-Shape-File. Dieses wiederum kann man dann in sein eigenes GIS integrieren und eigene Analysen durchführen. Jetzt möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, wie man den Viewer findet und wie man sich anmeldet. Es gibt hier zwei Wege. Einmal geht das Ganze über das Code.de-Portfolio. Dort gibt es einen Eintrag Community-Beiträge, eine Laverdi-Kachel, über die man dann weitergeleitet wird an den Laverdi-Viewer. Man wird dann auf diese Seite weitergeleitet, die sich im Geodatenzentrum des Bundes befindet. Hier wird man direkt auf die Seite weitergelinkt, die man aber auch über das Geodatenzentrum finden kann, über Web-Anwendung, Laverdi und dann den Landschaftsveränderungsdienst anklickt. Wie meldet man sich dann dort an? Auf diese Seite landet man. Man muss sich die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen durchlesen und diesen ausdrücklich zustimmen. Nicht vergessen darf man, das Passwort und die Benutzernamen sich zu notieren. Und dann kann man durch Start der Anwendung auf die Anmeldeseite kommen, auf der man sich dann anmelden kann. So sieht dann die Seite aus, die man dort erreicht. Und das ist der Viewer, den ich Ihnen jetzt in einer kurzen Live-Demo gerne vorstellen möchte. Wir haben hier das ganze Beispiel mal, wie man es findet, auf den BKG-Seiten dargestellt. Produkte und Services. Unter Web-Anwendung finden Sie dann eine Liste von Web-Anwendungen, die wir bereitstellen. Und unter dem Landschaftsveränderungsdienst und den Produktdetails findet man dann die Seite, wo man sich Benutzernamen und Passwort, wie gesagt, notieren sollte. Die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärungen sind hier verlinkt. Und nachdem man diese gelesen und denen zugestimmt hat, kann man die Anwendung starten. Man kommt dann zu einer Anweldemaske. Dort gibt man die Daten ein, die man sich vorher gemerkt hat. Und kommt dann zum Landschaftsveränderungsdienst. So sieht dann die Seite aus, die Sie erreichen. Man kann sich die Layer, die dort hinterlegt sind, anzeigen. Die ausgegrauten Bereiche werden erst ab einer Auflösung oder ab einem Maßstab von 1 zu 200.000 sichtbar. Das werden Sie später nochmal sehen. Man kann durch die direkte Eingabe des Verwaltungsgebiets, was einen interessiert, hier habe ich mal die Burg ausgewählt, hinzoomen. Angeschaltet habe ich gerade eben das Sentinel-2-Mosaik 2019, welches wir am BKG prozessieren. Und jetzt schalte ich noch im Hintergrund das Mosaik 2018 hinzu, um gleich eine Interpretation durchzuführen. Wenn man sich jetzt eine Veränderung anklickt und schaut, welche diese ist, in dem Fall haben wir es mit einer Baumverlust-Klassifikation zu tun. Und durch Überblendung der Layer 18, 19 erkennt man auch dort, dass in den Gebieten, die vom Landveränderungsdienst erkannt wurden, eine Veränderung stattgefunden hat, ein Baumverlust in dem Forstgebiet stattgefunden hat. Wenn man jetzt nochmal hineinzoomt und sich das digitale Ortofoto, was auch hinterlegt ist in dem Dienst als WMS, sich einblendet, kann man die für einen Windwurf typischen Strukturen sehen von gefallenen Bäumen hier im Norden und geräumten Flächen, die vom Landveränderungsdienst erkannt wurden. Als weiteres Beispiel würde ich Ihnen gerne eine Region in Hanau zeigen. Dafür zoomen wir auch wieder raus und schalten jetzt erstmal die digitalen Ortofotos nochmal aus, das zoomen dann in den Bereich, den ich Ihnen zeigen möchte, hinein. Hier sieht man eine Veränderung in einer Siedlungsstruktur und indem man den Veränderungslayer etwas transparenter schaltet und auch wiederum die Transparenz der Layer, des Layers 2019 verändert, erhält man einen Eindruck, wie sich die Veränderung entwickelt hat und durch den Zuschalten der Ortofotos kann man dann wieder eine, sofern das aktuelle Luftbild vorliegt, eine Einschätzung, was dort passiert ist, vornehmen. Hier handelt es sich offensichtlich um Baumaßnahmen in diesem Großbaugebiet. Ein weiteres Feature, was ich Ihnen gerne noch zeigen möchte, ist der Sentinel-2-Level-3-WASP-Datensatz, der hier hinterlegt ist. Wenn man diesen anklickt, öffnet sich unten eine Zeitleiste und wenn man jetzt nochmal auf ganz Deutschland zoomt, sieht man hier das wolkenfreie Produkt automatisch generiert, welches auf code.de bereitgestellt wird. Für den März ist es noch etwas schwierig, da ein wolkenfreies Bild zu bekommen, aber im Juli 2018 schon sieht man ein recht gutes Mosaik im Vergleich zu unserem radiometrisch auch optimierten Produkt Sentinel-2-Mosaik 2018. Das ist natürlich kein Vergleich. Hier nochmal können Sie sich Informationen einholen über Laverdi oder auch über das Fragezeichen eine FAQ-Seite aufrufen. Und als letztes, was ich Ihnen zeigen möchte, sehen Sie noch hier die Möglichkeit, die Änderungslayer herunterzuladen als Shape-File. Sie können sich dann das Jahr auswählen, welches Sie interessiert. Und durch Klick auf Herunterladen bekommen Sie dann einen 12 MB großen Änderungslayer, Shape-Datensatz als SIP-Datei, den Sie dann in Ihr eigenes GIS integrieren können. Ja, das wäre es, was ich Ihnen zeigen wollte. Damit bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und hoffe, Sie haben Interesse bekommen, den Laverdi-Dienst selber mal auszuprobieren. Wie gesagt, nutzen Sie es, geben Sie auch gerne Feedback, wenn Sie wollen. Sie müssen es nicht, Sie können es auch einfach mal so nur zum Spaß ausprobieren. Aber ich würde mich über Feedback und eine Rückmeldung sehr freuen. Und jetzt würde ich auch noch gerne Fragen beantworten. Schönen Dank. Schönen Dank.